Mit dieser Entwicklung Punita zu Galoppa werde ich jetzt auch noch Level 31 erreichen. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ja, ist schon wieder lange her, Leute. Wir sind jetzt hier am Kamalita-Platz mit dem Weedie und dem Trainer Max. Und hier ist gerade ein Rihorn gespawnt. So, das werde ich jetzt erstmal fangen. Ich werde gleich noch ein Galoppa machen, also Punita zu Galoppa, das wird auf jeden Fall eine heftige Entwicklung. Und ich werde in dieser Folge gleich am Anfang direkt schon mal Level 31 erreichen. Und hier hinten ist Weedie, keine Ahnung was der... Hello, hello guys, it's Weedie. Okay, so Rihorn sollte jetzt drin sein. Nein, kommt wieder raus. Ich probiere es mal mit einer Himi-Päre und dann mit einem Super-Ball. Ich denke mal, das sollte aber echt gleich mal drin sein. Und dann mache ich noch die ein oder andere Entwicklung und wir sehen auch schon gleich Level 31. Ich freue mich schon. So, das hat echt extrem lange gedauert, das Level. Also, weil ich teilweise auch nicht so aktiv gespielt habe, kann man ehrlich sagen. Und worauf ich mich noch freue, sagen wir es so, ist die zweite Generation, Leute. Es wurden ja im Quellcode schon vor einiger Zeit die neuen 100 Pokémon aus der zweiten Generation entdeckt. Zumindest die Namen davon. Und ja, das heißt, die zweite Generation nähert sich. Ich schätze trotzdem mal, dass sie nicht mehr dieses Jahr rauskommt. Also, zu 99% kommt sie nicht mehr dieses Jahr raus. Wahrscheinlich dann irgendwie im Februar oder so. Keine Ahnung, wir werden es eh sehen, Leute. Aber die legendären Pokémon. Also, falls diese Mythen noch alle stimmen oder stimmen könnten, könnte es sein, dass es neu ja zum Beispiel die legendären Pokémon released werden. Und das Evoli kommt jetzt hier einfach nicht rein. Aber das werden wir alles noch mitbekommen, Leute. Und ja, jetzt gibt es ja das neue Update schon länger mit den Daily Bonuses, äh Bonuses, genau, Boni, mit dem Pokéstop und mit dem ersten Fang von jedem Tag. Ich habe das irgendwie ein bisschen verkackt, weil ich wirklich nicht aktiv gespielt habe, sagen wir es ganz ehrlich. Aber gut, jetzt Evoli, komm mal rein und da mache ich noch die letzten Entwicklungen und wir sind Level 31. Ey, komm, nee. Ich lasse das Evoli jetzt einfach mal hier stehen. Ist mir jetzt egal, ich roll jetzt noch schnell die Pokéstops. Es gibt ja auch ein bisschen EP dazu, vor allem jetzt noch mit dem GlücksEye 400. Das läuft auf jeden Fall. So, und dann den hier noch, nochmal 100. Und jo, das sieht gut aus. So, mir fehlt jetzt noch eine Entwicklung, Leute. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt Galoppa, also Bonita zu. Galoppa ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung. Und damit erreiche ich dann auch direkt Level 31. Okay. Und zwar habe ich hier ein 1200er Bonita, Leute. Es hat leider eine ziemlich schlechte EV. Das ist extrem schade, aber gut, ich werde es jetzt trotzdem einfach mal entwickeln. Wenn man schon so ein gutes Bonita hat, dann macht man das einfach mal. Let's go. Mit dieser Entwicklung, Bonita zu Galoppa, werde ich jetzt auch noch Level 31 erreichen. Das ist extrem nice. So, let's go. Ich hoffe einfach, dass das Galoppa jetzt auch noch eine gute Attacke hat. Vom Typ Feuer natürlich. Beide Attacken, das wäre schon ganz cool. Vielleicht Flammensturm oder so als Ulti. Und es hat Hitzewelle und Fußkick. Naja, geht besser auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Aber gut, ich bin Level 31. Leute, perfekt, Level 31. Ich bekomme nochmal 10 Top-Beleber, ein paar Top-Tränke, Hyper-Bälle waren auch noch dabei. Das kann man sich auf jeden Fall schon mal anschauen, Leute. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da für Level 31. Und ich bin gespannt, was heute noch so passieren wird. So, Leute, wir fangen jetzt hier eben noch ein paar Antimus. Und wir sind gerade am Weg zu einem Dratini, was hier vorne gleich auftauchen sollte. Und dann hoffen wir einfach mal für den Trainer, dass es eine hohe WP und einen hohen IV-Wert hat. Weil, dann kann er endlich mal ein gutes Tragemann machen. Er hat über 200 Bonbons mittlerweile schon. Der Typ ist crazy. Ich weiß nicht. So, 704 WP hat das Panthimos. Und Tratini ist nicht auf der Nierbeiless. Ich hoffe, dass es jetzt noch da ist. Sollte gleich hier vorne rechts um die Ecke sein. Okay, Leute, Tratini hier. Aufwärmung sind wir der rechten. Nein, oder? Oh, yes, es wird angezeigt. Oh, nein. Schnell dieses Samm verschicken. Yeah, ich hab's. Wie viel hat er eins? Oh, mein Gott. Meins hat 300. Auch nicht unbedingt besser. Gut, wir fangen es jetzt einfach mal, Leute. Immerhin für die Bonbons. Kann man sich ja schon mal geben. Kann ich auch bald mal wieder ein Tragemann machen. Und es ist direkt First Trail drin. Das kann man sich ja schon mal geben. Wir haben uns gerade noch verlaufen. Es ist einfach falsch rumgelaufen. Aber jetzt haben wir es doch noch bekommen hier. Ich verschicke es direkt wieder. Das lohnt sich nämlich nicht, das aufzubewahren und irgendwie zu verbessern oder so. Also, na gut. Immerhin haben wir jetzt das Tratini gefangen, Leute. Keine Ahnung, was jetzt, was wir heute noch so machen. Es wird jetzt auch schon langsam dunkel. Keine Ahnung. Ich werde jetzt bald auch schon heimfahren. Ich schaue mal, was ich noch so schaffe. Was wir noch so fangen können. Am Ende mache ich vielleicht einfach noch ein paar Entwicklungen, falls ich noch was Interessantes offen habe. Oder, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Ihr werdet das eh sehen. Ich fange jetzt hier noch eben das Nebulak. Kann man sich ja auch schon mal geben. Die Halloween-Aktion ist ja jetzt auch schon längst um. Da habe ich mir extrem viele Nebulak-Bonbons gefarmt. Ich zeige euch das noch gleich. Ich habe mir nämlich gerade noch vorher ein Gengar gemacht. Ich glaube, ich habe im Moment so neun Gengars oder so. Durch die Halloween-Aktion habe ich unglaublich viele davon gefarmt. Das ist wirklich krass. Und jetzt haben wir hier wieder ein Nebulak gefangen. Das ist schon mal okay. Und, jo. Dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Wir sind schon wieder bei 1000 Pokémon. Und ich muss auf jeden Fall mal bald was wegwerfen. Ich habe mir vorher noch Austaus entwickelt. Ein paar Stück. Sagen wir es mal so. Wo ist denn das jetzt? Muschers und Austaus. Habe ich fast ein 2000er. Ich mache das jetzt einfach mal rein aus Prinzip. Auf 2000 hoch. 2014er Austaus. Gut. Das passt schon mal. Und hier kommen wir jetzt auch zu den Gengars. Oh mein Gott Leute. Ich habe 2200er Gengar. Das kann ich sogar noch ein bisschen verbessern. Das mache ich jetzt einfach mal. Einfach so just for fun. Jetzt hat es 2224 WP. 2242. Okay. Das reicht jetzt auch schon. Das sind meine Gengars. Das sind 12 Stück. Wow. So. Wir schauen uns hier einfach mal runter. Es kam ja schon lange keine Folge Pokémon Go mehr. Deshalb halte ich euch jetzt einfach mal auf dem neuesten Stand. Es hat sich zwar nicht viel verändert. Aber ich denke mal. Ihr wisst auch nicht mehr alles. Ich habe einen Lectroball auf 1100. Den könnte ich sogar noch verbessern. Und ich kann auch einen entwickeln. Cool. Mache ich noch direkt einen Voltroball zu. Lectroball. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Kann man sich ja schon mal geben. Und dann schauen wir mal. Wie viel WP da jetzt haben wird. Ich bin gespannt. Ist ja auch relativ selten der Lectroball. Aber gut. Ich schätze jetzt mal 1000 WP oder so. Nicht unbedingt viel mehr. So krass war mein Voltroball jetzt auch nicht. 1074 WP hat Lectroball jetzt. So. O-Way kann ich auch bald schon wieder entwickeln. Zu einem Kokoway. Okay. Wie lange noch? Vielleicht holen wir uns. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich verschicke jetzt einfach mal die schlechteren O-Ways. Dann kann ich mir auf jeden Fall bald wieder ein Kokoway machen. Das freut mich auf jeden Fall. Ich könnte es eigentlich als Buddy festlegen. Macht es Sinn? Keine Ahnung. So. Hier meine ganzen Knoggers von der Halloween-Aktion. Sind auch richtig low Kicklies. Knockchans. Oh. Was ist jetzt passiert? Ähm. Gut. Dann kommen wir zu einem Schlurps. Davon habe ich auch schon. Hier 8 Stück. Das geht auch ganz gut klar. Smogon habe ich auch extrem viele. Smogmox habe ich schon 3. Und das eine ist fast schon auf 2.000 WP. Das ist auch unglaublich. Rihorn. Ich habe ein Tausender Rihorn. What? Das könnte ich echt mal entwickeln zu einem Rihzoros. Falls ich mal genug Bomboos dafür habe. Und ich habe 2.400 Rihzoros, Leute. Das ist schon krass. Also hier unten kommen wir zu einem seltenen Pokémon. Warte mal. Wieso hat mein Genera 800 WP? Das macht so null Sinn. Das war auf 300. Ich habe das nie gepowert. Da gab es wahrscheinlich ein Update, wovon ich jetzt nicht unbedingt was mitbekommen habe. Ja, meine Tangela sind auch alle viel höher. Hey, Leute. Ich komme gerade nicht drauf klar. Was ist denn hier los? Tangela 1200. Passt das? Ich weiß es nicht. Ja, hä? Die haben sich einfach verbessert. Einfach so. Ohne uns zu fragen. Richtig, richtig low. Gut. Was haben wir jetzt hier noch von den seltenen? Sichlor 1800. Auf jeden Fall, oder? Ich habe schon. Ey, Leute. 1900 Euro seiner Leute. Irgendwas hat sich da getan. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich suche, dass sie auch verbessert hat, oder? Ich weiß nicht. Leute, was ist denn da los? Ich habe davon nichts mitbekommen. Ohne Witz jetzt. 2800. Garathos. Ich habe mich schon so gefragt. Bitte. Der hat mich jetzt nicht dafür, dass ich so scheiße bin und davon nichts mitbekommen habe. Ich habe das einfach nicht gerafft, dass die WP-Anzahl viel höher. Okay. Das Lapras ist, glaube ich, geblieben. So wie es aussieht. Glaube ich einfach mal. Aquana 2700. Ich glaube, da hat sich auch auf jeden Fall mal was getan. Blitzer. Ja. Leute, das ist auf jeden Fall heftig. 2000er Kaputtops. Ich schaue da einfach so rein und auf einmal sehe ich so, jo. Irgendwie kann das alles nicht so passen. Oh, okay. Ein 2800er Relax, Leute. Ich bin da mal weg. 2316er. 2400er Dragoon. Ich glaube, das ist auch geblieben. Aber Leute, es tut mir echt leid. Ich habe das einfach nicht mitbekommen. Wir schauen jetzt hier mal meine Top-Pokémon an. Und zwar mein Relax auf 2883 ist mein Bestes. Mit Erdbeeren und Zenkopfstoß. Das ist schon krass. Dann kommt ein Gyarados, 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 Aquana, Aquana. Gyarados ist fast nur Wasser. Und ich weiß nicht. Meinst du, Totoo könnte sich verschlechtert? Ich schaue noch meinen Glurak an. Aber nee. Ja doch, Glurak könnte sich auch ein bisschen verbessert haben, so wie es aussieht. Krass. Leute, ich wusste einfach nichts davon. Ich bin einfach so ein Dummkopf. Egal. Hältet mich nicht. Kann jedem passieren. Dafür habe ich jetzt ganz gute Pokémon. Nice. So Leute, ich hoffe, man sieht mich irgendwie. Ich habe jetzt hier das Owe gerade erwischt. Da ist nämlich eine Absperrung. Die kommt mir nicht weiter. Es ist auch verdammt dunkel. Ich beleuchte mich jetzt einfach mal mit meinem Handy hier. Ultraprofessionell. Dann sehe ich es ja nicht, ob ich das Owe fange. Nee, das macht keinen Sinn. Und es ist drin. Perfekt. Das heißt, ich kann mir bald wieder ein neues Kokowai machen. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und es hat jetzt hier 520 WP. Von der Bewertung her. Ja, ist insgesamt ein gutes Pokémon. Das werde ich direkt wieder verschicken. Dann habe ich fast schon genug Bomboos für ein weiteres Kokowai, Leute. Das läuft doch. Das heißt, ich denke mal, vielleicht in der nächsten Folge wird es sogar schon ein Kokowai geben. Eine Entwicklung. Das würde mich natürlich freuen. Und Max probiert es hier gerade noch, das zu bekommen. Aber es ist echt schwierig. Weil hier ist echt eine Absperrung. Und man kommt hier einfach nicht durch. Wir hätten sonst nur auf dem Schlossberg rauf gehen können. Das hätte aber jetzt locker eine halbe Stunde mal gedauert oder so. Weil wir so fette Kinder sind. Max funktioniert es halt echt nicht. Na gut, ich habe eins bekommen. Easy. So Leute, wir sind jetzt hier beim Grazer Dom. Und hier ist gerade noch ein Vucano gespawnt. 200 WP. Ist jetzt nicht das krasseste Vucano. Aber gut, ich fange jetzt jetzt trotzdem einfach mal. Hinter mir sitzt der Dom. Keine Ahnung, ob man das irgendwie sieht. Ja, ist ganz schön. Ist jetzt aber auch nicht mega krass. Keine Ahnung. Also wenn ihr mal nach Graz kommt, könnt ihr euch den ja gerne anschauen. Super gerne. So. Top. Dann fangen wir jetzt eben das Vucano, Leute. Und dann kann ich auch bald wieder ein Akani machen. Ich glaube, ich bin so bei 43 Bonbons, wenn ich das fange und verschicke. Also das sieht ja schon mal ganz gut aus. Eventuell habe ich gleich noch eine Himilbäre drauf und fange es dann so. Aber ich denke mal, das sollte so auch möglich sein. Perfekt, Leute. Vucano haben wir jetzt hier gefangen. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Und wir schauen jetzt mal. 42 und 43 Bonbons. Perfekt, Leute. Ich kann einfach so gut schätzen. Ne, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mir das irgendwie gemerkt, wie viele Bonbons ich hatte. Aber gut, in der Nähe haben wir jetzt eigentlich nichts mehr in Graz. Gerade aktuell ist auch kein krasses Pokémon. Aber ich wollte nochmal hier auf die guten Pokémon eingehen. Ich habe das einfach nicht überrissen, Leute. Dass auf einmal mein Relaxo fast 3000 WP hat. Das ist einfach richtig heftig. Vor allem auch das Garadoss. Damit kann man auf jeden Fall gut in der Arena fighten mit Hydro-Pumpe und Biss. Das kann man sich echt schon mal geben. Also wenn ihr mal Arena fights wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann mache ich das jetzt auch. Es wird echt schon dunkel, Leute. Man sieht mich was gar nicht mehr. Aber ich mache mich jetzt glaube ich auch schon auf dem Heimweg. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich am Weg noch was. Dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Und dann wäre es auch immer Nachsis am Trackern.